Alles wieder gut? Ich hatte es gerade im Kreuz. Ich habe mir schon gedacht, irgendwas stimmt nicht. Ich wollte schon treten. Oh, guck mal. Oh, danke. Alle beide für mich. Ne, einer für mich. Der Opa ist frech, ne? Dankeschön. Dankeschön. Ach, wie? Meine sind noch so frisch. Mein Platz, weg. So, wie soll ich denn? Was haben wir denn hier schon? Ja, wir sind leider schon am Ende angelangt. Fast am Ende angelangt. Eigentlich leider schon. Ich habe gerade schon gegessen, danke. Ja, ihr Lieben, wir müssen uns da schon wieder verabschieden und hier müssen wir heute noch weiter zu den Proben. Denn sammeln wir uns doch morgen wieder. Habt ihr alle aufgeräumt? Wir kommen zu euch in die Wohnzimmer, wenn ihr wollt. Morgen um 20.15 Uhr. Zweimal sogar. Also einmal kommen wir in die Küche und danach den Fernseher in unsere Augen reinschalten, ja? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, falls Sie vielleicht den Moderator nicht kennen, der war früher mit meiner Freundin zusammen. Wir sprechen von Florian Silbereisen. 20.15 Uhr, ja, ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, tollen Einkauf und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Eine Insel.